Das R2 Romantic Fantasia Dream liegt in Tarajalejo in Fuerteventura. Das R2 Romantic Fantasia Dream ist beliebt unter den Gästen. 86% empfehlen das Hotel weiter. 14 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 14 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer. Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,9 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.